Hallo, wie geht's? Ich bin Carlos. Und ich bin Karin. Wir kommen aus Mexiko. Wir möchten Deutschland kennenlernen und beginnen natürlich mit Berlin. Hier am Brandenburger Tor geht's los. Visa vom Brandenburger Tor, Amerika, Checkpoint Charlie, Sowjetunion, Fall der Mauer. Jetzt können sie passieren. Danke sehr. Damit werden wir gar kein Problem haben bei unserer Tour durch Berlin. Wir haben ein Visum für einen ganzen Tag. Genau, das nutzen wir jetzt aus. Aber erst einmal ein Foto vor dem Brandenburger Tor. Jetzt besichtigen wir eine der wichtigsten Kirchen von Berlin. Das ist der Berliner Dom, eine protestantische Kirche. Diese Kathedrale wird sicherlich fantastisch sein. Obwohl wir katholisch sind und für uns die Religion sehr heilig ist, muss man einfach von der architektonischen Schönheit dieser Kathedrale begeistert sein. Guck mal, was mag das sein? Das soll die Humboldt-Box sein. Wir müssen uns das mal anschauen. Kommt mit. Schau mal, das Modell. Das soll Berlin im Jahr 1900 sein. Sehr schön. Auf diesem Gelände wird bald ein Schloss sein. Und wir sind Zeugen seiner Entstehung. Eine riesige Baustelle. Das Gelände erstreckt sich fast über ganz Berlin. Siehst du diesen Bau da? Schauen wir mal nach, was das ist. Es ist wirklich bewegend festzustellen, wie die Mauer zwei so verschiedene Lebensformen geteilt hatte. Auf der einen Seite sieht es aus wie Anarchie, auf der anderen sind sie eingesperrt. Diese Ausstellung ist wirklich beeindruckend. Soll das eine Ziege sein? Was ist das? Irgendein komisches Tier aus Eisen. Aber es macht mir Angst. Vielleicht gibt es drin noch mehr Monster. Oh, ich habe mich ganz schön erschreckt. Wie ihr seht, war unser Tag in Berlin wirklich genial. Dieses Monster-Kabinett ist der perfekte Ort, um uns zu verabschieden. Kommt nach Berlin, euch wird es genauso gefallen wie uns. Einfach genial. Genial! Adios! Gracias! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!